Wie immer vom Caravan Salon 2017 in Düsseldorf, der Camper Tobi, wunderschönen guten Morgen. Das ist Dreh Nummer 2 an diesem heutigen schönen Tag, auch auf Zuschauerwunsch, der neue Eura Terrestra 96 HB. Auf 7 Meter Länge fährt schon ein Fahrzeug von Eura Mobil und möchte sich gegebenenfalls verändern, möchte die Neuheiten 2018 wissen, die sind bei dem Auto relativ gering. Deswegen, es gibt einen neuen Prospekt. So wie er da steht, hat sich eigentlich gegenüber 2017 bei diesem Modell nichts geändert. Ich gehe deswegen ein bisschen visuell rum. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie den erst seit, glaube ich, zwei Jahren, hat der User geschrieben, fahren, dann können wir problemlos sagen, klar, das 2018er Modell hat jetzt die 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, aber Sie werden feststellen, natürlich das 2017er Layout übernommen, außen ist er unverändert geblieben. Und eben diese Dekorstreifen wurden geändert, weniger ist mehr. Das ist wirklich edel gemacht. Und wir warten kurz, bis das Fahrzeug frei ist und dann gehen wir kurz rein. Wir filmen schon mal vorne ins Fahrerhaus rein. Nehmen wir einen kurzen Überblick, das kennt jeder bei Eura Bahn, wie auch Fiat auch. Und von dem her ist das wunderbar. Ich werde jetzt mal die Herrschaften kurz stören und fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn ich hier kurz mit der Kamera reinfahre. Genau, wir haben jetzt ein bisschen Platz geschafft. Entschuldigen Sie die Störung. Wir möchten immer keinen stören, aber Sie sehen, wir haben natürlich noch ein paar neue Leuchten und wahrscheinlich noch neue Stoffe für das 2018er Modelljahr. Aber der TA 96 HB hat sich insoweit oder insofern nicht wesentlich verändert. Also, soviel dazu von Eura-Stand. Jetzt geht es weiter. Schauen wir mal, ich habe noch Probefahrt mit dem neuen Rangiersystem für Caravans und normale Anhänger von VW. Da gehe ich jetzt gleich als nächstes hin. Schauen wir mal, ob das jetzt gleich klappt. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder mit den Highlights vom Caravan Salon. Das waren jetzt mal die Zuschauerwünsche des Tages und ich verabschiede mich. Bis nachher, euer Camper Tobi und bleibt gesund. Schönen Tag.